HiFi Setup Tours, die Folge 23, los geht's! Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Zu einer neuen Folge HiFi Setup Tours und wir sind schon bei Nummer 23 und wir legen auch sofort los. Das erste Setup von heute kommt von Wolfgang und wir schauen gemeinsam rein. Schick, modern, aufgeräumt bei dem Wolfgang. Wir sehen, direkt erkannt, ein Clear Audio Concept. Das ist sein Plattenspieler. Er sagt, den hat er auch modifiziert. Neu gekommen ist der Tonarm, ein Clarify von Clear Audio und als Tonabnehmer hat er einen Orthophon 2 M-Plex drauf, 250 LVB. Ebenfalls das originale Netzteil wurde durch ein Clear Audio Smart Power V12 eine Akkulösung ersetzt. Oh ja, da habe ich mich damals auch schon damit beschäftigt, als ich noch den Clear Audio Performance hatte. Interessant mit dieser Akkulösung, aber habe ich keine Erfahrung damit. Ja, MM-Tonabnehmer-System von Orthophon hier, der Black in der LVB 250 Variante. Habe ich auch noch nicht gehört, aber mit Sicherheit ein sehr, sehr solides Teil. Ja, was soll man sagen, den Clear Audio Concept finde ich auch immer noch ein toller Dreher. Optisch sieht der schon nach etwas mehr aus, wie ich finde. Der ist so der Einstieg in etwas mehr, wenn man so sagen kann und finde ich top. Er benutzt einen sehr verbreiteten Streamer, den Blue Sound Note, auch mal was, auch wenn ich, ihr wisst, es nicht der Streamtyp bin, unbedingt mal testen möchte. Er hat ebenfalls noch einen CD-Player im Einsatz, den Yamaha CD-S1000. Typisch Yamaha optisch, würde ich sagen. Sein Verstärker, das ist ein Magnat MA900 und er schreibt, hier sind für die originalen Röhren ECC81 zwei russische Goldline von Genalex gekommen. Ich kann nur allen Besitzern dieses Verstärkers empfehlen. Ist sofort, auch ohne Einspielzeit, positiv hörbar. Ja, das ist ja nochmal dann eine Kunst für sich, sage ich mal, wenn man Röhrenverstärker hat, was man denn da auch noch für verschiedene Röhren austauschen und testen kann. Da bin ich ja auch noch unbefleckt, sage ich mal. Die Lautsprecher, die wir sehen, auch die Wiedererkennungswert bei den meisten Bauers und Wilkins, die 702 S2 in schwarz. Die Lautsprecherkabel, die er da dran hat, das sind Goldkabel, Executive Series LS425 Rhodium Single Wire und ansonsten hat er auch noch Kinch von Inakustik verbaut und einen Stromfilter von Dynavox, dem X4100. Auch hat er noch Do-It-Yourself Stromkabel im Einsatz und das Rack, das man da sieht, das ist von Schrörs und Schrörs. Ja, finde, passt schön zusammen, was du da hast, Wolfgang, finde ich gut und ja, ich höre es schon wieder in den Kommentaren, ja, Raumakustik und Aufstellung, ja klar, der Wolfgang oder Wolfgang, du weißt es wahrscheinlich auch, klar würden die anders aufgestellt, weiter weg von der Wand, weiter auseinander in tolleres Stereo-Bild liefern, aber wahrscheinlich hast du aktuell keine andere Möglichkeit und ich sag mal, du hast ja die Sachen, vielleicht hast du irgendwann mal die Möglichkeit und ja, dann bist du eigentlich direkt von den Komponenten her startklar, das mal einfach auszuprobieren. Ja, und hier noch die Diana Crawl, für manche auch ein bisschen ausgelutscht, aber ich habe noch keine Platte von ihr, da will ich mir auch mal noch was holen, die sind ja klanglich, glaube ich, auch absolut vom Feinsten, wie ich weiß. Wolfgang, vielen Dank für deine Einsendung. Und beim zweiten Setup geht es ins gemütliche Wohnzimmer von dem Michael und schaut mal da, Michael schreibt übrigens, er ist schon so lange er denken kann, dem HiFi-Virus verfallen, ja, kann man nachvollziehen, einmal drin, schwer nochmal rauszukommen. Und was wir hier sehen, das sind Eigenbau-Lautsprecher SB18 vom Udo W, das sagt mir jetzt weniger, aber grundsätzlich, zumindest ohne die Abdeckungen spricht mich das an, schöne, kompakte Zwei-Wege Holz-Lautsprecher, dafür bin ich ja eigentlich immer zu haben. Die stehen auf Solid-Steel-Ständer, ja, die habe ich auch erkannt, die sind verbreitet. Er nutzt einen, ja, reger, planer Sechs-Plattenspieler und da drauf hat er den Clear Audio MM Performance V2-Tonabnehmer. Das Ganze läuft über einen Crayham Slee Reflex M Phonoverstärker. Ebenfalls ein CD-Spieler und Digital-Wandler hat er von Audio Lab den 8300 CDQ und als Verstärker hat er nach mehreren Versuchen mit diversen Geräten jetzt einen Line Magnetic, den LM211-A Röhrenverstärker mit vier EL34-Röhren in der Ausgangsstufe. Er schreibt, Angebot gesehen, zugeschlagen, wow, 20 Kilo, feinstes Hi-Fi. Ja, das glaube ich dir, das klingt, als wärst du richtig happy mit dem Teil. Sehen ja auch ohne Frage immer richtig stark aus, die Röhrenverstärker. Ja, also kann mir kaum vorstellen, dass die jemand nicht cool findet, optisch. Hat unter anderem noch ein Stromkabel und Netzleiste von Supra. Alle Geräte sind ausgefasst, Kinch-Verkabelung mit Straightwire Symphony 3 Lautsprecherkabel, die Inakustik LS602. Und er schreibt, mit dieser Kette bin ich in meinem Raum und Hörgeschmack angekommen. Ja, das sind wirklich auch zwei Sachen, die eine große Rolle spielen, Leute. Aber ihr wisst das ja, der eigene Geschmack spielt eine ganz wichtige Rolle und vor allem die Sachen, wie die in dem vorhandenen Raum funktionieren. All das würde in einem anderen Raum ganz anders funktionieren und ihm vielleicht nicht mehr so gut gefallen. Und wenn es um den Geschmack geht, würde vielleicht jemand von uns zu ihm gehen und das hören, was ihm perfekt zusagt und sagt, oh, das ist ja gar nicht mein Geschmack. So ist das eben und deswegen hat eben fast jeder, auch wenn er 40, 50 Jahre schon im Hi-Fi-Geschäft ist und meint, er hat das Beste gefunden, was es gibt. Ja, das Beste für ihn persönlich natürlich, denn meistens hat jeder was anderes das Beste. Aber das ist ja auch völlig okay, sonst wäre es ja auch langweilig. Ja, Michael, vielen Dank für deine Einsendung, dieses gemütliche Wohnzimmer mit viel Holz und dieses liebevoll, wie ich finde, zusammengestellte Setup. Weiterhin viel Spaß damit. Die dritte Einsendung für heute, die kommt von dem Lars und besonders cool finde ich, er schreibt hier zu uns. Und zwar handelt es sich wohl um ein Pärchen, es handelt sich um Lars und Nadja, 27 und 26 Jahre alt. Sie haben das Thema Hi-Fi wieder für sich entdeckt. Cool, so muss das sein. Und wir haben hier wieder, ja, wie soll ich sagen, aufgeräumt und modern, also ich kann auch nicht sagen, immer modern, wenn irgendwie viel weiß drin ist. Das wirkt auf mich irgendwie so modern. Danke übrigens wieder Lars für mein Video im Hintergrund. Ja, sie haben sich dann zusammen für folgendes Setup entschieden, nachdem sie wieder zum Hi-Fi gefunden haben. Wir sehen den Verstärker, das ist der Technics SUG700 M2. Ja, cooles Teil, hatten wir glaube ich auch schon ein, zweimal. Da ist Technics, wie ich finde, optisch wirklich was Cooles gelungen mit den Geräten. Ihr wisst ja, VU-Meter, auch immer wieder mein Ding. Tolles Gerät. Auch die Lautsprecher haben wahrscheinlich die meisten direkt erkannt. Es handelt sich um die Canton Vento 896-2DC. Und das sind dann die größeren Ventos. Also ich hatte ja auch schon mal Ventos vorgestellt, auch in Weiß, witzigerweise, auf meinem Kanal. Und das ist das, glaube ich, größere Modell davon. Der CD-Player kommt von Meridian G06.2, den haben sie Gebrauch gekauft. Kabel hat er von ViaBlue SC4 im B-Wiring. Und es wird ebenfalls bald gestreamt, schreibt er. Und zwar im Warenkorb ist ein Blue Sound Note, mal wieder. Der N130 aktuell wird erstmal nur CD gehört, aber die Einsendung ist ja schon etwas älter. Talas, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, ob es denn wirklich ein Blue Sound geworden ist oder was anderes. Oder ob ihr euch vielleicht inzwischen auch vielleicht einen Plattenspieler gekauft habt. Aber wenn nicht, ist ja auch okay. Ja, schöne Komponenten. Ich kann mir vorstellen, weil ihr ja mit diesem Setup nochmal ins Thema HiFi eingestiegen seid, dass sich da vielleicht auch demnächst oder in den kommenden Jahren nochmal einiges ändern wird. Aber wer weiß, wer weiß. Und wie gesagt, paar Monate sind vergangen. Wäre interessant. Vielleicht habt ihr ja nicht nur einen Streamer dazu genommen. Vielleicht hat sich ja auch schon bei dem Setup wieder was geändert. Wäre cool, wenn ihr das mal drunter schreibt. Lars, Nadja, gefällt mir. Vielen Dank für eure Einsendung. Setup Nummer 4 für heute kommt von dem Felix. Und wir schauen hier mal gemeinsam rein. Und schaut doch mal. Also zumindestens, ich finde das wieder sehr individuell. Und hat eine ganz besondere persönliche Note und Style irgendwie. Mag ich. Übrigens nicht irritieren lassen, Leute. Auf manchen Bildern seht ihr einen Music Hall-Plattenspieler und auf anderen einen Rega. Das liegt daran, dass er mir das nochmal nachgeschickt hat, weil er inzwischen von dem Music Hall auf den Rega gewechselt ist. Und dabei handelt es sich um einen Rega Planer 8. Er hat den Gebrauch gekauft, der sehr selten gespielt wurde. Und montiert ist darauf ein Low-Output-MC-Tonabnehmer von HANA. Ah ja, kenne ich natürlich. Das HANA ML. Also ich sage, kenne ich, habe ich auf dem Schirm. HANA ML SL selbst gehört noch nicht. Aber nach wie vor auch interessant für mich, HANA. Und ja, der P8, ohne Zweifel, mit Sicherheit ein ganz toller Plattenspieler. Ich habe es letztens auch schon mal irgendwo gesagt. Rein optisch finde ich den für meinen persönlichen Geschmack so ein bisschen grenzwertig. Ich sage mal so frech das Skelett-Design da. Aber ich kann auch verstehen, wenn gerade das jemand cool findet, so ist das eben. Ansonsten hat er noch einen CD-Player. Die Project Box CD Box S3. Er schreibt, er hört ja aber doch meist Vinyl. Als Vorverstärker für den Plattenspieler nutzt er die Clear Audio Smart Phono mit Kopfhörerverstärker. Auch gebraucht gekauft, sagt er. Und er sagt, wow, für das Geld sehr spektakulär. Er schreibt, das ist ein klares Upgrade zu seinem Phono-Verstärker, den er vorher hatte. Und das war ein Sheet Marnie, die übrigens vor allem in Amerika sehr beliebt sind. So im Einsteigerbereich, glaube ich, oder ein bisschen höher. Die da einen sehr guten Ruf haben. Es ist auch interessant, was du da schreibst, Felix. Als Vollverstärker nutzt er einen Unison Research Simply Italy. Das ist die neue Version mit DAC. Und es handelt sich dabei um einen Class A Röhrenverstärker mit nur sehr geringer Ausgangsleistung, aber großartiger Wärmeabgabe, schreibt er. Er schreibt für wirkungsgradstarke Boxen einfach nur schön, bringt Stimmen zum Singen. Ja, hört sich gut an. Ja, und die Lautsprecher, die wir hier sehen, auch optisch direkt bekannt, wie ich finde, sind von Klipsch. Das sind Pforte 3. Das sind drei Wege Hornlautsprecher aus der Klipsch Heritage Line mit einem Wirkungsgrad von 99 dB. Ja, passt dann zu der Röhre. Er schreibt alles zusammen mit einer ausgesprochen räumlichen Abbildung mit viel Dynamik und Druck. Auch ideal für ruhige Töne, schreibt er. Er hat noch Kabel im Einsatz von AudioQuest sowie von Dynavox. Seine Platten wäscht er mit einer Knosti, bald aber schaut er Richtung Project. Sehr schön, wie am Anfang schon gesagt, wieder individuell und besonders dein Setup. Auch wenn ich das so nicht machen würde, diese Kombination von Plattenregal und Rack, finde ich es aber bei dir, sieht es mega, mega cool aus. Die Platten da drin, der Lautsprecher, Pflanze auf Lautsprecher, auch immer so eine Sache. Aber schick aussehen tut es, das muss man dir lassen. Felix, cooles Setup und auch die Klangbeschreibung von dir, das kaufe ich dir direkt ab. Weiterhin viel Freude damit. Ja und das letzte Setup für heute und das ist jetzt super, fällt mir auf, ist hier irgendwie Folge der Röhre anscheinend. Kommt gleich schon wieder eine Röhre. Und den Nils, den kenne ich schon etwas länger, sagen wir mal mehr oder weniger flüchtig, von Instagram. Und der hat einen sehr, sehr coolen Account mit super schicken Bildern. Da müsst ihr auch unbedingt mal reinschauen. Und zwar heißt der Account Bones Records, dann Underline. Er schreibt übrigens dazu und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Er ist leidenschaftlicher Sammler seit 10 Jahren, also Vinyl. Und er probiert gerne neue und gebrauchte HiFi-Komponenten aus. Es macht immer wieder Spaß, den Sound neu zu entdecken. So ist es. Wir kommen zu seinem Amp. Das ist ein Unison Research. Hatten wir eben auch schon einen. Triode 25 Class AB. Klassischer Röhrenverstärker. Besonderheit ist, dass man über den VU den BIAS selber einstellen kann. Vereinfacht den Röhrentausch. Cool. Wusste ich auch nicht. Lautsprecher und ich weiß, die hat er auch relativ frisch in seinem Setup. Sind die PMC 2522i. Er schreibt, diese PMC überraschen ihn mit für ihn vorher noch nie gehörter Dynamik und Offenheit in seiner Klasse. Cool. Ich habe, glaube ich, in München den ein oder anderen PMC-Lautsprecher oder PMC-Lautsprecher gehört. Muss ich sagen, fand ich auch nicht übel. Glaube ich dir. Plattenspieler. Das ist ein VPI Classic mit Walnusszarge. Und den hat er auch, glaube ich, schon länger. Finde ich ja auch ein cooles Gerät von VPI. Gerade dieser Classic. Der halt optisch irgendwie so eine Mischung ist zwischen High-End, Moderne und mit dem klassischen Plattenspieler irgendwie. Das ist ein 25 Kilogramm Massellaufwerk. Tonarm hat er da drauf. JMW ein 10 Zoll. Ein Punkt gelagert und Öl gedämpft. Hält unerwünschte Schwingungen ab. Ja, kenne ich. Gerade mal zwischendrin. Vielleicht hat der ein oder andere da Ahnung oder eine Meinung dazu. Auch mein 12 Zoll Jelko auf dem Falk hat, hat die Möglichkeit, mit Öl oben das Ganze noch zu dämpfen. Das könnte man oben einfüllen. Jetzt bin ich mir unsicher. Der ein oder andere sagt, nee, das gefällt mir nicht damit. Könnt ihr ja mal eure Meinung sagen. Also die Meinung von Nils kenne ich jetzt ja. Offensichtlich findet er diese Öldämpfung gut. Beim Tonabnehmer hat er auch schon einiges ausprobiert. Er schreibt, er hat schon Fandenhull Black Beauty bis HANA SL und Deine Vector etc. ausprobiert. Aber aktuell läuft ein, haben wir es wieder, Denon 103 in der R-Version. Und damit ist er sehr zufrieden. Ja, immer wieder dieses Denon 103 oder 103R im MC-Bereich. Also ich muss mir bald, und wenn ich mir mal irgendwo ein Gebrauchtes bei Kleinanzeigen oder so schieße, das muss ich echt dringend mal testen. Also kann ja kein Zufall sein, dass das gefühlt dauernd irgendwo dabei ist. Dazu RCA-Kabel von Nord-Ost Purple Flare. Ja, Nord-Ost könne ich. Hatten wir ja noch nicht so oft. Ebenfalls einen Netzwerk-Player hat er am Laufen. Auralic oder Aurelic Mini. Er schreibt, galt damals als absoluter Geheimtipp. Und er schreibt, als Aurelic merkte, dass der Player für das Gebotene viel zu günstig war, wurde er vom Markt genommen, neues Gehäuse und für das Doppelte angeboten. Sound und Bedienung echt top. Interessant, okay. Sein Phonoverstärker ist ein Audio Analog Aria. Und er schreibt, er hat da auch einiges ausprobiert bis 1000 Euro. Und da war der Aria sein absoluter Favorit. Sehr warmer Sound, weniger analytisch. Ja, da kommt es auch wieder auf den Geschmack an. Der ein oder andere hätte vielleicht gerne total analytischen Sound. Dann ist das wahrscheinlich nicht das Richtige. Wer auf warmen Sound steht, was er definitiv tut, ist das eben das Richtige. Ebenfalls hat man da ein Mäuseklavier dran an der Phono, mit der eine Feinabstimmung möglich ist. Hat noch ein Subwoofer laufen, aber wie er sagt, nichts Besonderes. Woom hat nur leicht im Hintergrund für die ganz tiefen Töne, wo die PMC nicht mitkommen. Das ist ein Miwok 10 G2 Aktiv Sub 25 cm. Und tatsächlich schon wieder die Boxenständer von Solid Steel. Das ist ja wirklich heute verrückt. Ja. Also, wie gesagt, Nils, danke dir. Ich bin schon länger Fan von deiner Plattensammlung und von deiner HiFi-Reise. Wie gesagt, bei Instagram kann man das sich ganz schön anschauen. Da gibt es immer mal wieder was zu sehen. Die Bilder gefallen mir, die sind ganz toll gemacht. Das ist auch so, wie er da wohnt, so schön gemütlich mit Holz und etwas dunkler gehalten. Also, sehr geschmackvoll. Ich finde es sehr stark. Und auch dein Setup ist spitzenmäßig, Nils. Ja. Wenn ihr auch bei den Setup-Tours mitmachen wollt, schickt mir doch ein paar Bilder an info at soundandgroves.de. Euer Setup in einer kompakten Übersicht, dass ich das schnell finde und mir nicht aus dem Text raussuchen muss. Vergesst nicht mehr, ein Abo, ein Like und vielleicht ein oder andere Kommentar da zu lassen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann. Bis dann.